3, 2, 1 Und hallo Leute! Willkommen zu einem neuen Let's Play Ja und ich nehme auch auf? Ja, wir nehmen beide auf, aber in Klammer wird dann hinter dem Video stehen, welches von wem ist Und wir spielen auf einem Multiplayer-Saison Ach, ich werde das einfach verlinken Du meinst, ich deins Ja Äh, ok Hier will ich mir heute einen Raum bauen Im neuen, in einem neuen Haus Hier ist von meinem Bruder der Raum Und hier ist von meinem Poseng Also, hier der Raum Und, äh, naja Ich will mir jetzt ein Haus bauen Ey, ich weiß Ich weiß nicht Leute, wenn ihr auch mal Videos macht Dann könnt ihr mir ja schreiben, wie man einen Splitscreen erstellt Ja, das könnt ihr machen Dann kann ich auch die beiden Videos Also, ich will das ein Design Video auch auf mein Bild machen Ich habe ja auch hier Paramount Äh, ähm Hä? Ich bin mit der Blutbrücke Ja, wirklich lecker Ne Ok, äh Jan, ein bisschen Ja, hör doch Ja, hör doch Ja, Leute Was denn? Oh mein Gott Ok, Leute, ähm, ich benutze nicht Nodos Ich habe das Den, ich habe hier nur den drinnen, aber ich benutze ihn nicht Äh, Leute, bitte petz es nicht Denn, ich benutze ihn nicht Äh, Jan Kannst du eh nicht benutzen, mein No-Shi-Dannes Ja, genau Deswegen, ja Ich habe, ich mache so nicht Ok, ähm, ich brauche Hast du Holz? Ich habe hier Ich bin gerade an deinem Haus vorbeigelaufen Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Was machst du denn? Keine Ahnung Ah, mein Bruder ist auch nur doof Und ja, ähm, ja, hehehe Also hier ist so ein Dings Wir sind fast auf einer Insel Also, also fast Hier ist das blanke Meer Oh, äh, das habt ihr nicht gesehen Ich hab kein Gefühl Nee, habt ihr nicht Ich benutze ihn eh nicht, ich bin grad nur rausgekommen Äh, Jan? Außerdem, wenn ich ihn zu lang benutze, werde ich rausgekickt Ja, und hast du noch ein bisschen Holz? Ich hab nur noch zwei, ich will eine Truhe machen Boah, ich hab 16 noch Ja, gib mir mal, ich brauch das Ich brauch das auch Ja, toll Was, wofür eigentlich brauch ich das? Ähm Boah, ich muss mal kurz meinen Mund ausspülen Ich hab irgendwie Macabre Ja, mach mal Boah Boah Ich hab den Mund Von der Gast kriegst du wieder, Jan? Ja Ich bring ihn dir dann Okay, hier, äh, wo bist du? Da, da, hier, hier, da, ja Äh Äh, hm Äh Wo sind die beiden eigentlich? Lili ist da hinten irgendwo, ne? Ist hier da hinten? Ähm, ist hier jemand? Hm, hm Ähm Ähm Nö, ich seh keine grünen Namen Ich glaub die sind gar nicht mehr drauf Doch Lili ist drauf Endlich draußen Okay, äh Ja, ich richte jetzt mein Haus ein Guck mal, seht ihr das Wasser? Wir sind genau über ein Meer Ja, hier Über ein Riesenmeer Ja Ich kann's ja mal kurz mit X-Ray zeigen Nur ganz kurz Ich benutze das nicht So Ich kann's auch mal zeigen Ja Oh mein Gott, was das ist Ganz viel Boah Ey, da ist ein Cave Ey, da ist ein Cave Genau Da könnten wir eigentlich hingehen, aber Wir dürfen ja kein X-Ray damit benutzen Wo ist was? Da ist ein Cave Ich hab schon mal ganz lange X-Ray benutzt Weil ich Thron hier sofort Ja, damit kannst du keine Throne erfüllen Doch Doch, stimmt Ja, mit dem normalen Aber nicht von Modus Da musst du dann Testfinder Warte mal Äh Ist ja dein Raum Ähm, wenn ich L L drücke Wird alles so unsichtbar So Guck Wenn ich L drücke Wird alles unsichtbar Hm Äh Wenn ich Z drücke passiert gar nichts Und wenn du E Wenn du E Ne E Und dann mach ich E Okay Dann mach ich E Dann mach ich E Okay, du kannst Zwei Mit E Sieht das voll komisch aus Ach Hm Hast du Stein? Nein Flossenstein Dann mach ich mit Die Körfen Ja Später Äh So Ja, ja Ich guck einfach auf welchen Part ich dann mache Weil ich weiß den Part jetzt nicht mehr Ich glaub 14 oder so Nein Nein Den Dreizehnten Hatten wir doch gestern gemacht Aber den kannte ich nicht hochladen Weil er keinen Ton hatte Achja, stimmt Den haben wir von Level Meiner Level Ja Also das wär Dreizehnte Ja Ja Okay, äh Ich mach mir mal Hast du Wolle? Äh Ich hab nicht Guck mal meine Truhe Weil ich ja grad alles in meine Truhe mache Oder ist egal Hast du Wolle Und Holz Oder hast du ein Bett? Nee, ich hab ein Bett Ich habe nichts Okay, Dennis hat was Hat er gesagt, aber ich kann nicht rein Ja, er kann Kannst du das eigentlich rücken? Nein, nein Ja, aber du hast auch nichts Ja, ich auch Äh Du hast sie nicht gelockt Guck Nein Lilly ist da unten Kommt raus Nicht, nicht die beiden angreifen Das ist nicht mehr Ich komm nicht raus Ja Ich hab die für euch drei gelockt Killen Nein, nicht Killen Nicht, ah mein Bein Killen Nicht Killen 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 Ja, die haben sich den Weg gebaut Ah, die haben's da unten Was machen die da unten? Weiß mal sie Weiß mal sie Willi Was machen die denn? Hä Ey, nein, aber wir Wie sind die da hingekommen? Ach, die sind bestimmt in dem Haus Von diesem einen Typen Also wir müssen das gleichzeitig hochladen, okay? Hä? Wir laden das gleichzeitig hoch Ja, aber Hast du das Haus von Du hast hier das Du hast hier das Das hat Wem gehört das Haus hier? Stevey Stevey Ach, da habt ihr das Reingebaut Ihr habt euch hier euer Haus reingebaut Ja Tss Okay, hier ist die Farm Soll ich mal Schrott machen? Soll ich die mal Schrott machen? Soll ich die mal Schrott machen? Nein Könnte ja jetzt die Höhe gehört ja nicht mir Umso mehr haben wir Boah, ja hier, ey, dann rief ich halt nicht, ey, hier hat das eine Erde wieder Macht man nicht Ähm, doch hab ich Ey, halt Nein, wir raus Ihr seid böse Nein Ein Loch in der Mitte freilassen Oh Ja Ich glaube Okay Boah Hier hat er seine Farm zurück Okay, 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 okay Hm Hab ich noch zwei Ist noch Nein, 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 nein Okay Aber ich brauch ein Bett Ich muss mal Also ich sollte mir mal 19 holen, ne? Ja Slash Ist irgendwie langweilig Ja Slash Oh Oh Free Nein Free Boi Und ich find's cool, wie meine FPS einfach so stehen bleibt während der Aufnahme 30 FPS immer Die ganze Zeit Ob wir nicht so was machen, irgendwas Ey, Lini will bei mir rein Nö Hallee Ja, ich hab mich rein Kommst nicht rein Lass sie nicht Du kommst hier nicht rein mit den Schuhen Geh weg Zieh dir die Sportschuhe an Zieh dir keine Sportschuhe an Zieh dir keine Sportschuhe an Ja, so wie meine Sind meine erlaubt? Es sind schicke Diamantschuhe Warte, ist jemand Nein Weh, du schläg dich noch einmal Du D 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 ja ja okay wir sehen uns dann ja wenn man mich jetzt sehen würde ja also ich guck gerade zu deiner richtung ja ich stehe direkt vor dem ja und bis dann tschüssi